Das ist etwas Aussergewöhnliches in der Kampfkunst, was schwierig ist zu verstehen. Im BJJ kommt es oftmals vor, dass der Schüler den Trainer tappen kann. Auch in anderen Kampfkünsten kommt es vor, dass der Schüler stärker ist als der Lehrer. Und viele wundern sich und fragen, wie kann das sein? Weshalb ist der Schüler an deren Lehrer? Nun, einige Argumente hat er bereits schon beschrieben. Es liegt an einigen primären Punkten. Zunächst einmal ist es auch oftmals so, dass es im Training der Lehrer nicht 100% gibt. Das muss einem bewusst sein. Ich lasse Leute mich tappen, damit sie Fortschritte machen. Das ist kein Wettkampf. Training ist kein Wettkampf. Aber auch als ich sehr jung war, war ich schon viel stärker als mein Lehrer damals. Ich war 18, 19, mit 19 bin ich Weltmeister geworden. Ich war viel stärker als mein Trainer, weil er war 40. Also er war nicht in dieser Wettkampfstimmung wie ich. Und er hatte schon ein paar Kilometer mehr auf dem Buckel, schon ein paar Gelenke mehr kaputt. Und da bin ich halt stärker als er. Weil das ist nicht das Gleiche. Ein guter Trainer und ein guter Wettkämpfer, das kann die gleiche Person sein, aber ist es oftmals nicht. Das sind zwei gänzlich unterschiedliche Eigenschaften. Mein eigener Jiu-Jitsu-Lehrer, Franco Vazcirca, der ist wohl kaum so starker Kämpfer wie ich. Der ist auch schon 50. Und andere Trainer, die waren gar nie richtig gute Wettkämpfer. Mein Lieblingsbeispiel, das extremste Beispiel hier, was ich so kenne, ist Mike Tyson. Ihr kennt alle Mike Tyson, einer der grössten Boxer aller Zeiten. Kennt ihr seinen Trainer? Der hat einen Trainer, logisch. Denkt ihr, sein Trainer war noch stärker? Nein. Sein Trainer war Castamato. Das war ein ziemlich kleiner, ziemlich dünner, ziemlich alter, nicht sehr starker Kerl. Der hatte auch nie diesen grossen Erfolg als Kämpfer. Castamato hat, glaube ich, einen Kampf gehabt und ich weiß nicht mal, ob er den gewonnen hat. Also der war niemals so stark wie Tyson. Aber, aber, der hatte die paar Dinge, die einen Trainer ausmachen. Tyson hat ihm vertraut. Castamato war ein guter Mann, er hat ihm vertraut. Er hatte die Passion dafür. Er hatte auch das Auge. Er hat gesehen, was kann ich mit Mike Tyson machen? Wie kann ich ihn besser machen? Das macht den Trainer aus. Das macht es aus. Sonst wäre es ja so, wie die asiatische Mythologie verbreitet das gerne so, dass die vorhergehenden immer stärker waren als die, die nachher folgen. Und unsere westliche Mythologie verbreitet gerne das Umgekehrte, dass die Nachfolgenden immer stärker sind als die vorhergehenden. In Wahrheit ist es häufig eher so, dass einfach junge Kämpfer stärker sind als ältere Kämpfer. Und das ist der Kreislauf der Kampfkunst. Und das war auch so.